Freunde, wer hätte das gedacht? Ein i8. Ich bin das Reimemonster. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jagdmich. Mann, 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 der Ralf lässt sich immer Sachen einfallen, das kann man sich gar nicht vorstellen. YouTuber durch und durch, Mann. Dieser Content, den ich hier bringe, unglaublich, Mann. Ich wundere mich, warum ich nicht schon 300 Millionen Abonnenten habe. Keine Ahnung. Schön, dass ihr auf jeden Fall da seid. Wenn es euch gefällt, dass ihr ein Like da habt, mich täglich freuen. Und BMW mal wieder. Gestern in der Folge habe ich es gesagt, heute mal wieder BMW. Und zwar der i8. Einfach ein Fahrzeug, wo ich sagen muss, ist ein E-Auto, ne? Ich weiß auch nicht, ey. Wie sieht es denn bei euch aus? Steht ihr auf E-Autos? Das ist so euer Ding? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, ich kann mir so ein Ding sowieso nicht leisten, außer ich werde irgendwie... Keine Ahnung, was kostet so ein Ding? Schreibt es in die Kommentare. Ich habe keinen lassen Schimmer. Ich schätze aber mal 50.000. Ist mal meine Schätzung so. Vielleicht auch 80.000. I don't know. Schreibt es in die Kommentare. Wer es weiß, schreibt mal Hashtag Wert. Und wer es schätzt, schreibt Hashtag Schätzen. Let's go. Bin gespannt. Denkt daran, wer den kurzen Kommentar schreibt, wird von mir gegrüßt. Das Ganze auf Instagram, Facebook oder YouTube, wie ihr es haben wollt. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Genau. So, erstmal hier schön die Finger stretchen. Ne? Hier, ich sehe auch wieder auf. Sollten wir wieder zum Friseur gehen? Ich sage euch Corona, ey. Keine Zeit gehabt, um mir mal hier den Bart zu schneiden. Egal. Wir fahren heute mit dem i8 durch die Gegend und das Ganze mal wieder mit der Mini-Nuke. Die Karre ist schon geil. Alter, das ist jetzt aber ein bisschen komisch, oder? Hat der i8... Ist der i8 nicht nur Elektro? Warum? Hä? Das verstehe ich nicht. Ich glaube nicht. Vielleicht ist es ja auch so eine Sportversion. Ich meine, die Karre sieht auch massiv krass aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier nicht nur einen Elektromotor drin haben. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich habe keinen, äh... Wow, 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 wow. Holy shit, Alter. Oh Gott. Alles da. Erstmal die Karre voll gegen die Wand gesetzt. Leckt mich am Arsch, ey. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ähm, was ich sagen wollte, ich habe gar keinen Tacho mehr irgendwie hier. In dem Spiel. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich meinen Tacho wieder anmachen soll. Aber ich fixe mal das Auto, Leute. Das kann aber nicht sein hier. Ich will das Auto nicht gleich schon zu Schraub fahren am Anfang. Aber was... Oh, guck mal da vorne. Was ist das denn? Was bist du denn, Alter? Sonst von der Krankheit auf die Rädern, sag mal. Meint, ich kriege den mit einer Granate? Ah, der schießt da noch auf mich. Da bestätigt die Granate. Oh, schade. Aber immerhin haben sie die Stars für mich aufgemacht. So, ich fahre mit dem Typen her. Ja, Mann, der gibt auf jeden Fall auch nicht Gas hier. Ich weiß nicht, soll ich mir die mit der Granate bewirfen? Ja, warum ist ein bisschen zu viel, würde ich sagen, oder? Ah, natürlich sind die Kopf auch schon wieder da. Wow, wow, wow. Kannst ja einfach bremsen hier. Alter, Alter, Kops. Holy shit, Alter. Was ist der Hölle, ey? Die Kops, ey. Dreh nicht völlig am Rad hier. Alter, mein Auto. Wo warst du dir lang? Was habt ihr davon? Brennt ihr Penner. Unglaublich, ey. Und die Tante hier vorne geht mir auch nicht auf den Sack oder so. Also, ganz ehrlich, die haben eine Karrenner von zwei Minuten. Und, wie geil sieht der denn aus? Moment, muss ich mal reinziehen. Die haben eine Karrenner von zwei Minuten kaputt gemacht. Das ist aber auch eine sehr abgefahrene Textur oder Verlierung, oder? Mit Schneeflocken. Und wer ist er hier, Alter? Go-Go-Gachette-Mobil oder was? Haha. Aber das Gesicht auch wieder so. I don't give a fuck. Okay, hier vorne brennt alles, so wie sie es gehört. Die Tante habe ich auch gut gegrillt. Barbecue-Time. Ich hau mal die Waffe. What? Ey. Hab ich ja Glück, ey. Ich fahr in die eine Richtung und schon ist da jetzt mein Elke. Ey, Alter, heute möchte ich doch jeder töten. Okay, meine Karrensripp, Leute. Seht ihr das, mein Elke, mein Reifen? Okay, es wird Zeit. Alter, der schießt auf mich. Der Typ, seht ihr das? Muss los, Alter. Bruder, muss los. Ich habe mein Fahrzeug mal repariert. Ich hatte keine Chance mehr hier rauszukommen, sonst. Aber die Karre da gerade eben, ne? Der hat den MG im Fahrzeug. Voll nicht krank. So. Wow, wow, wow. Wie ich die Kops manchmal hasse, ey. Hat er gerade schon wieder mal drei von mischt? Die kriegen die es immer hin, aus dem Helikopter meine Reifen zu treffen, sag ich mal. Ich brauche unbedingt mal Bulletproof Tires hier. Wisst ihr, was ihr machen könnt? Wir können mal zu Bennys fahren. Seid ihr denn davon? Bennys Motorworks. Mal gucken, ob wir hinkommen. Auf jeden Fall nicht mit dem kaputten Reifen. Lenken ist auf jeden Fall ganz schön aggro. Gut, wir gehen mal mit dem Vollgas. Wir fahren aber nur gerade aus. Mal gucken. Oh, ich hab's ja. Okay, okay. Lecken, lecken, lecken. Beinahe ich die Kops verloren, aber gut. Okay, haben wir den Langeband hier reitet. Oh, das war abends. Oh, sorry, auch ne geile Karre, ey. Voll reinfahren. Oh, oh. Also, sobald die Reifen... Was ist denn hier auf der Kreuzung passiert? Sobald die Reifen ripped sind, ist das Fahrzeuge fast nicht mehr steuerbar. Hat ihm gar den Hals geschossen, aber was? Oh, die fuck, der Taco Bellag. Hier ist er richtig die Hölle los auf dem Straßen. Okay, nur noch nach links. Ich kann bei Bennys nicht rein, wenn ich gejagt werde, oder? Der lässt mich da nicht rein. Mal gucken, Mati, ich verliere die hier irgendwie. Und der Brücken ist immer gut. Ich kann mich auch mal hier rein verstecken. Müsst du mich rein? Ah, cool, ich darf hier rein. Nice. Wenn ich da durch die Sterne möchte reinfahren. Ah, da werde ich immer noch gejagt. Okay, erstmal reparieren. Sieht geil aus hier drin, oder? Die Karre. Muss man, muss man echt lassen, ey. So, ein bisschen raus. Schon nice. Schon wirklich nice. Nur mal ein Schild. Egal. Wir gucken mal hier unter... Was haben wir denn? Turbo. Turbo kommt rein. Kommen die Cops gerade rein, oder was? Ha, da draußen fand ich die Cops, oder was? Brenngetriebe. Federung. Alter Schwede, da draußen fand ich die Cops richtig gegen. Hupe ist mir... Ah, wobei, komm, wir nehmen die kleinen Hupe. Bremse. Also komm, jetzt hauen wir uns auf jeden Fall alles rein hier. Krass, wir Panzerung noch. Ja, jetzt bin ich hier Ausstattung, bin ich mal... Achso, das ist der Innenraum, ne? Egal. Akzentfarben sehe ich sowieso auch nicht. Sekundär, matt, mal gucken. Ah, wobei hier, matt, weiß. Eisweiß, nehme ich. Klassisch. Ah, ne, Eisweiß war schon gut, ey. Ah, Primärfarbe. Dann nehmen wir auch mal hier matt. Und auch Eisweiß. Jetzt frage ich mich nur, wie kann ich denn hier meine Livery ändern? Lichter, Neon-Kids. Neon-Farbe. Ne, Alter, auch kein Mensch, so ein Scheiß, ne? Reifen. Felgenfarbe, kann ich nicht ändern. Ah, sind schon... Ne, ich bleibe bei den Kastenreifen. Aber Livery sehe ich hier nicht. Ich kann... Okay, komm, wir mal hier. Rein, schwarz. Okay, okay. Livery sehe ich nicht. Ich würde sagen, ja, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden mit dem Auto. Und auch schön, wenn die Steine... Oh, fahren. Haben wir auf jeden Fall die Cops verloren. So, jetzt ist die Karre auf jeden Fall noch ein Stück böse geworden. Gehen wir kurz in die freie Kamera. Und jetzt checken wir mal die Liverys aus. Die haben mich sowieso schon die ganze Zeit interessiert. So, auch schön blau-weiß. Werbung, okay. Kennen wir auch schon vom letzten Fahrzeug. Ich würde fast sagen, wir nehmen die hier. Ist einfach sehr schick, oder nicht? Ich mag sowieso so klare Farben. Und dieses matt-blau ist schon echt sehr, sehr geil. Erinnert mich auf jeden Fall... Das Bodykit erinnert mich an Rocket Bunny Style, ne? Also, kennt ihr bestimmt. Habe ich auch schon einige Folgen gemacht. Rocket Bunny ist auf jeden Fall auch eins meiner absoluten... Naja, was so was Style angeht bei Fahrzeugen, liebe ich das. Ist zwar völlig übertrieben und völlig... Ja, kannst du eigentlich knicken. Ah ja, wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich glaube, ich gehe nochmal auf Vehicle Options. Und dann gehe ich auf Mod Menü. Und bei Tyres... machen wir Bulletproof Teuer sein. Kann ich wenigstens weiterfahren. Weil es ist wirklich immer übel ist, wenn die die Reifen zerschießen. Heiße Mädels, ne? Alter! Wie die abgehen, was ist denn mit euch los hier in Mädels? Ich glaube, die eine ist die andere auch rausgestiegen oder fackelt die schon ab? So, wir versuchen uns mal wieder mit der Mini-Nuke, Leute. Hat hab ich das zudem geschmissen, ja? Weil wir das so klein... In 3, 2, 1... Zündung! Und mein Auto brennt. Das ist schon mal ganz schlecht. Deswegen gehen wir hier nochmal ganz kurz in den Mod. Klicks und clean. Wir schauen uns mal da in der Explosion an. Holy fuck, Alter. Die ist massiv. Okay, gehe ich nicht so nah ran. Weil sonst kann es sein, dass das Game wieder crasht. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Das ist mir gestern bei der Aufnahme passiert. Oh, die shit ist der Druck krass, Alter. Hallo? Wow. Okay. Alter Schwede, mein Auto. Okay, das muss ich nochmal reparieren. Sonst komme ich kein Stück weiter. Okay, die Kopf sind auch da. Übel, Alter. Übel. Ich seh dir die Leute auf der Straße hier überall die Fahrzeuge. Ich fahre mal kurz zurück zu dem Punkt, wo ich die Explosion gezündet habe. Aber hier ist es eigentlich ganz frisch aus. Na ja, gut. Man muss das auch sagen. Wow. Wow. Schlechte, die Kopf hier. Viel Spaß damit. Und drei. Ich traue mich nicht. Zwei. Oh shit. Eins. Let's go. Und mein Auto bret schon wieder hin. Ich brauche auf jeden Fall das Fahrzeug hier brennt mir immer viel zu schnell, ey. Wow, Alter, die Kopf hier auf. Zugwelle, Helikopter. Hier brennt ein Auto. Hier brennt alles. Jetzt haben wir irgendwo einen Kopf hier in der Nähe. Die Leute haben wir hier. Okay, weg hier. Wow. Meine Tankstelle immer blockiert, war aber keine gute Idee. Ich sollte hier mal weg. Ich habe halt wirklich gerade die eine Säule in die Luft gejagt. Oh no, mein Auto ist wieder völlig im Arsch, ey. Alter, der i8 ist auf jeden Fall... Boah, der hält gar nichts auf, ey. Seht ihr das? Holy shit, ey. Überall nur Rauch und Feuer. Alles klar, Leute. Das halte ich nicht mehr lange aus. Die Karre hat wirklich ihren besten Moment hinter sich. Okay, davon hat man eine Straßensperre. Ich kann jemand lenken, ey. Ja, vorne der Reifen. Ich kann nicht lenken, guck mal. Ich kann gar nichts mehr mit dem Ding hier. Alles klar. Feuer frei, Leute. Let's go. Keine, wow. Da geht mein Auto in die Luft, ey. Okay, weiter, weiter, weiter. Immer schön zu viel ist hier. Ich habe mich nicht erwischt. Also. Ich will wieder ein Helikopter über mir. So, wir flüchten hier mal in die U-Bahn. Okay, fahren aber weiter. War ich gar nicht so schlecht, dass sie weitergefahren sind, sonst wären sie jetzt tot. Vielleicht ein bisschen übertrieben, mit dem Raketenwerfer auf Antypen zu schießen. Wo ist denn der Helikopter? Wo ist denn der Helikopter? Da war jemand, ich habe es genau gehört. Aber sie war nicht da. Die haben einen Kopf, ey. Warum geht der Helikopter nicht runter? Wo ist denn der? Schön, aber ich sehe nicht. Da. Okay. Genug geballert. Hinter mir kam gerade ein Schuss rein. Wo kommt der denn her? Erstmal die Hütte hier abbrennen. Falls jemand runter will, muss man den Weg abfackeln. So, warte geht's. Gleich so blöd, die Idee, ne? Ich muss nicht aufpassen. Und, kommt jemand? Schreien tut sehr viel. Also, 100.000 Millionen nicht so die Kopf, ne? Alter, das ist gescheit so mies, ey. Alter, der Typ hier. Zieh doch den mal rein, ey. Was ist denn das für ein Cybercob, Alter? Seht ihr? Cyberpolice 3000 hier. Wo ist denn da, ich mal einen Monotor finden? Habe ich aber das schönste Gewehr rausgesucht, hier. Kommt, irgendwie traut sich keinem Bruder. Ich lade mal lieber nachher. Kommt, komm, komm. Jetzt ist ich voll verschanzt hier in der U-Bahn. Hm, hau lieber ab, Tante. Okay, geh mal weiter. Jetzt hab ich dir noch voll Waffen dabei, hier. Oh, okay, schön. Feuer frei, mein da und dann. Komm, Rush B, Alter. Versuche mir, noch ein Auto zu besorgen. Habe ich noch einen Monotor? Ne, scheiße. Ups. Die Ladies, ne? Habe ich noch ein paar Handgranaten rausschmeißen. Wow, wow, die kommt zurück. Schnell weg hier. Hallo, Granate? Ja? Was ist mit der los? Hat er es gesehen? Kein Granate ist geliebt nicht. Was ist mit der Handgranate hier los? Die liegt da noch hier? Fehlzündung oder was? Okay, da oben müssen so viele Leute liegen. So, der Plan ist, Granaten zu schmeißen und mich rauszurennen. Und dann in ein Auto zu steigen. Nice. Das funktioniert. So, und schon pflichten wir. Hat er wieder nicht die Schnellzwecke rausgesucht? Nice. Also die Schnellzwecke rausgesucht hier, verdammte Scheiße. Und rein in die Cops. Slow-Motion von allem. Oh, den hat er wieder erwischt. Und er ist voll so hier. Yo, Alter. Mega cool. Mit Waffe. Ja. Der Hawk and Light aus dem USA. Und wir kommen da ins Glück gefahren. Das war das Auto. Hat er eigentlich schon ganz gut erwischt. Und die Cops aus deren Sicht. Naja, sieht so aus wie ich war, ob die zuvor. Man sieht mich eigentlich ganz gut in dem Fahrzeug. Oh Gott, wenn ich hier nicht gleich rauskomme, beliebt ist es nicht. Ich hab' mit dem Arsch. Ich hab' den hier nicht erwischt. Das ist Irene auch mal, dass ich nicht so auffall. Ja, aber immerhin. Ich hätte gerne den Roller hier. Vielen Dank. Aber ich würde aussteigen. Kann ich den Roller haben, bitte? Ja, nice. Let's go, Leute. Really? Schön an den Kostüren bei mir, Rügel. Okay, jetzt wird es jetzt richtig spannend. Ich muss dann links-rechts fahren. Ich lange ging fahren. Dann hätte ich hier easy runden können. Besser für vorher ist ja der weiß. Really? Yeah. Oh Mann ey. Jeder von euch. Oh, der mal einen Roller gehabt hat, einen Funkskörder so. Weiß ganz genau, was das für ein Megaspaß ist, um irgendeinem abzuhauen. Ich meine, die Dinger gehen halt gar nicht, ne? Aber trotzdem macht das mega Laune, die zu fahren, also. Oh shit. Guck mal, da bleibt man nämlich hier so hängen, ey. Aber ich von weiter mit dem Roller kommt. Die gehen wir jetzt nicht auf. Die haben schon so gute Dienste geleistet. Really? Die Copse, die sind gut drauf. Oh, ich hätte hier gar nicht mehr. Mal aufpassen. Komm mal hier rein. Ja, nice. Wallride, ob ihr gesehen habt. Was ein Stunt. Komm schon, sag auf, Willi. Yeah, yeah, yeah. Wir können es halt, wir können es halt. Aber überhaupt keinen Bock mehr von den Polizisten gejagt zu werden. Können wir einfach abbauen. Roller, alter. Ausstatt, sag hast du. Schnellt um die Kopf zu unten kümmern. Und ab geht die Post. Dann warte geht's. Ah, lass mich da, ich lass mich da. Oh, chat, Alter. Nein, ich hab mich schießen hier, Fennner. Willi. Und gleich ab geht die Party, let's go. Yeah. Oh Gott, ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht, hier mit dem Rollen lang zu heißen. Alter, was ein Sprung, ey. Let's go. Ja, ich bin schon ein krasser Dude hier, ne? Auf der Flucht von der Polizei. Was? Die Landung, Alter. Die Landung war gut, ey. Oh, voll, da nimm ich das nicht. Ah, ich hab keinen Schuss mehr. Oh shit, der ist ja noch mehr Kopf. Wo sind die alle, oh Gott. Okay, Leute, lange halt ich's nicht mehr aus. Ah, ich bin, nachladen, 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 nachladen. Ah, das sind noch alle. Oh, schade. Oh, ich bin, 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 ich bin. Alter, fahren, halt, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Alter, fahren, wer die mit dem Weg, ey. Das kann ich den Sprung in die machen, weil ich kann das so schön schaffen machen. Alter, ganz ehrlich, mit dem i8, hätte ich so lange nie überlebt. Niemals, ey. nur weil ich dadurch dass die ganze die fahrzeuge wechseln habe ich hier die möglichkeit wo was soll das für die monstros hatte nur durch den fahrzeug wechseln hat überhaupt die chance hier zu kommen nichts los hier wir verpissen es mal anstand was denken wir das auto im wasser ich dachte ich kann das auto hier einfach über der gegend fahren aber ich hätte mal hier nach rechtswagen auto hat man die schnauze bitte das kann sein dass der das auto lebt und nein und wo denn die fenner habe ich einfach ja ich habe da viele kopfhörte wenn sie versuche schwierig die helikopter piloten raus zu ballern ich werde von oben wieder abgeballert so sind und scheiße sei der längste folge ich hatte ich nicht hier gehabt hat so hier rein so ist diese typen mit dem und müssen diese typen umreliere umschreitig haben wir oder ist unser leben oder abenteuer dauerfeuer mein alter irgendwas habe ich da gerade getroffen ok jetzt schon die lichter ausgeballert wie lange ich hier schon überlebe leute so was haben wir denn hier oben wir haben hier oben der helikopter hier noch das fahrzeug von mir hier vorne kommen auf jeden fall einige an sq prozess gerannt und dem super sport anzug für den übrigens total witzig voll future aber hier liegen lauter leichenmann also auch schon mal ein echtes schlachtfeld hier zieht es mal rein was ich hier schon angestellte ok let's go kommen irgendwann muss er das ganze am ende haben kommen wir stellen uns jetzt zur polizei hier bin ich heute nicht auf die penner holt mich keine schaufe ich weiß nicht mehr wo die gegner sind auch so eine ledige helikopter aber ein helikopter unter boden und schwierig auch so aus dem piloten habe ich ja irgendwas dabei hat es leider wird die nix mehr schon ein pilot habe ich erwischt zweiten piloten alter wie ich die auch noch krieg nein danke fürs zuschauen lasst ein like da checkt auch den discord link aus können wir uns unterhalten ich freue mich auf euch checkt die endcard bis bald ciao ciao euer ralf b und b b b Bis zum nächsten Mal.